Nummer 5 Wenn Sie vor Regen und Schnee geschützt sein wollen, aber dennoch Schweiß verdunsten lassen wollen, ohne dass sich Feuchtigkeit ansammelt, sind diese Lixada-Gamaschen vielleicht die beste Wahl. So können Sie Ihre Beine warm halten und Ihre Schuhe oder Stiefel vor Wasser, Schlamm, Wind, Sand und sogar Insekten schützen. Sie haben einen Reißverschluss, der von einem Trägerband verdeckt wird, wodurch Sie leicht an- und ausgezogen werden können. Sie sind aus verschleißfestem, hochatmungsaktivem und schnell trocknendem Polyester gefertigt. Einen Link zu diesem Produkt finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4 Diese Gamaschen aus reißfestem Oxford-Gewebe sind die beste Wahl für alle, die Wert auf Haltbarkeit und hochwertige Materialien legen. Sie sind perfekt, um Ihre Beine vor Schlamm, Schnee, Gestrüpp und Wasser zu schützen, da sie absolut wasserdicht sind. Sie sind aus leichtem Material gefertigt, das sich bei Nichtgebrauch leicht zusammenfalten und transportieren lässt. Sie haben einen Klettverschluss und einen verstellbaren Riemen mit Schnalle, sodass Sie sich leicht anpassen lassen. Erhältlich in verschiedenen Größen. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Diese Salewa-Gamaschen sitzen leicht und perfekt am Bein. Sie haben einen Klettverschluss, der dafür sorgt, dass sie nicht verrutschen oder von den Beinen rutschen. Mit einem Gewicht von nur 240 Gramm sind Sie auch in schwierigem Gelände leicht zu tragen. Das wasserdichte Gewebe schützt die Füße vor Wasser und Schnee. Unterhalb der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2 Diese Gamaschen haben gute Eigenschaften und einen günstigen Preis. Sie sind aus einem wasserdichten Stoff gefertigt, der an regnerischen Tagen Schutz bietet. Diese Berggamaschen zeichnen sich nicht nur dadurch aus, dass sie günstiger sind, sondern auch durch eine Reihe hervorragender Eigenschaften, darunter ein kältebeständiger TPU-Gürtel, der das Einfrieren der Gamaschen im Winter verhindert. Ein leichtes und kompaktes Design, perfekt zum Wandern, Trekking, Skifahren und anderen Outdoor-Aktivitäten. Sie sind sehr angenehm zu tragen und vielseitig einsetzbar. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 1 Wenn Sie auf der Suche nach leichten Gamaschen sind, die Ihre Ausrüstung nicht zusätzlich belasten, zeichnen sich diese Trackmates-Gamaschen durch ihre hohe Qualität und ihr ergonomisches Design aus. Die Konstruktion besteht aus einer Gore-Tex-Membran, die für eine wasser- und winddichte Beschichtung sorgt und eine gute Atmungsaktivität ermöglicht. Sie verfügen über einen Sohlenriemen mit verstärktem Gewebe zur besseren Befestigung und ein Klettverschluss an der Vorderseite, der sich dem Bein anpasst und nicht verrutscht, wenn man sich bewegt. Den Link zu diesem Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung.